Grüß Gott! Über die Kirche wird sehr viel diskutiert, auch sehr viel Kritisches wird über sie verbreitet, Negatives wird wahrgenommen. Aber ist das die Kirche Jesu Christi? Die Kirche Jesu Christi ist nach wie vor bunt. Das habe ich neulich jemandem gesagt, der mich fragte, warum bist du so gerne immer noch römisch-katholisch? Ich als rheinisch-römischer Katholik sage ganz deutlich, ich liebe es, dass es in der katholischen Kirche, die sich immer auf Jesus Christus orientieren muss, dass es in dieser Kirche so viele verschiedene, unterschiedliche Bewegungen gibt. Da gibt es die Konservativen, die Liberalkonservativen, die eher Progressiven, wie sie sich sehen, da gibt es die Spirituellen, da gibt es die Älteren Bewegungen, die Neuen Geistlichen Bewegungen, da gibt es ganz, ganz viel. Und das ist doch gut so. Die Kirche ist bunt und sie sollte bunt bleiben. Denn Jesus Christus ist ihr Grund und ist derjenige, der diese Kirche führt. Und er liebt alle Menschen. Nicht um jeden Preis. Nicht so, dass er sagt, ihr könnt alles in dieser Kirche behaupten. Er hat uns vorgegeben, was die Wahrheit ist. Aber diese Wahrheit, die Wahrheit Jesu Christi, ist vielfältig. Und mir fällt immer wieder der Satz von Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, ein, als er mal gefragt wurde, wie viele Wege gibt es zu Gott. Seine Antwort war, so viele es Menschen gibt. Das müssen wir wieder mehr in den Mittelpunkt stellen. Und über diese Erkenntnis können wir auch wieder neu lernen, miteinander den Dialog zu pflegen, den Dialog zu üben, den Respekt zu üben im Miteinander. Das ist dringend notwendig, denn wir brauchen das Gespräch, das wertschätzende, das ernstzunehmende Gespräch ohne Ausgrenzung. Aber mit der klaren Orientierung an Jesus Christus, der die Wahrheit und die Freiheit ist. Freiheit und Wahrheit haben einen Namen. Jesus Christus. Nur Mut zur Wahrheit, nur Mut zur Freiheit. Nur Mut zum Bekenntnis zu Jesus Christus. Ihr Martin Lohmann Hey, du weißt schon, dass man diesen Kanal abonnieren kann, kostenlos. Und du kannst die Glocke aktivieren, dann wirst du immer informiert, wenn es was Neues gibt. Und wenn es dir gefällt, dann like es, du kannst es auch weiterleiten. Und wenn du Widerspruch hast oder wenn du dich an der Diskussion beteiligen möchtest, dann mach es. Du kannst was Positives oder auch was Kritisches schreiben. Ich freue mich auf die Diskussion. Mach mit!